Ist ein Waldspaziergang langweilig? Überhaupt nicht. Nicht für Naturfreunde und schon gar nicht für Naturschützer. Im Wald bin ich, hallihallo, zufrieden und des Lebens froh. Das meinen auch die beiden Hunde hier. Jedenfalls, solange ihr Stöckchenwerfer dabei ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020